Wir nutzen Lignocellulose Material, um diese in Zucker umzuwandeln. Die Zucker nutzen wir dann, um in Fermentationsverfahren Mikroorganismen zu kultivieren. Mikroorganismen, zum Beispiel Pilze oder auch Bakterien, nutzen den Zucker, um zunächst zu wachsen und daraus auch Chemikalien herzustellen. Einige Beispiele sind Milchsäure, Itakonsäure, Äpfelsäure, Xylonsäure, aber auch zum Beispiel die Biotenside, Zellobiose-Lipide und Manosyl-Erythritolipide. Diese biobasierten Chemikalien können dann in der Industrie weiterverarbeitet werden. Wir können mit Bakterien zum Beispiel aber auch bioabbaubare Polymere wie Polyhydroxyalkanoate herstellen. Unsere Motivation in der Forschung ist dabei, dass wir fossilbasierte Rohstoffe ersetzen wollen durch die biobasierten Chemikalien. Und so möchten wir einen Beitrag für die nachhaltige Bioökonomie in Baden-Württemberg leisten.